Was die Bakterien im Körper des Patienten so gefährlich macht, zeigt Dr. Friedrich in einem Experiment. Er streicht zwei Flüssigkeiten auf spezielle Nährböden. Die erste enthält ganz normale Bakterien. Die zweite dagegen ist voller Bakterien, wie sie bei Harz vorkommen. Dann drückt der Papierplättchen auf die Keime. Sie sind mit Antibiotika getränkt, die normalerweise die Bakterien abtöten. Antibiotika wie Penicillin. Doch nach 48 Stunden wird klar, die Antibiotikaplättchen haben nur bei den Keimen in dem linken Schälchen gewirkt. Hier zeigen die kreisrunden Löcher in der grünlichen Bakterienschicht, kein Keim konnte überleben. Rechts dagegen waren die Antibiotika völlig wirkungslos. Die Bakterien sind resistent. Ebenso wie die Keime von Klaus-Dieter Harz mit dem komplizierten Namen MRSA. Dann wurden bei Herrn Harz festgestellt, MRSA, multiresistente Staphylococcus aureus, als ebenfalls klassischer Krankenhauskeim. Klaus-Dieter Harz ist resistent gewesen gegen Penicillin, resistent gegen Erythromycin, Oxacillin resistent und Klindermycin resistent. Klaus-Dieter Harz hat einen MRSA-Keim im Körper, der gegen ganz besonders viele Antibiotika völlig resistent ist. Mit fatalen Folgen. Klaus-Dieter Harz hat einen MRSA-Klaus-Dieter Harz hat einen MRSA-Klaus-Dieter Harz. Klaus-Dieter Harz. Klaus-Dieter Harz hat einen MRSA-Klaus-Dieter Harz.